Jetzt Leute! Aussteigüberfall! Aussteigüberfall! Ja ohne du bist... Digga! 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 Knall den ab, da hat man Heli gekillt! Boll schreien, dass wenn die pushen... Ja! Ja von der Treppe! Das kann ich nicht sehen! Das kann man nicht einsehen! Die werden uns gleich pushen! Oh! Heli komm! Ich auch! Ein Polar hat ein P2 oder der andere C.H.R. Ich verkaufe den Weg! Ja die sind auf die Seite gegangen! Ich denke, dass du das spielst! Ja die sind auf die Seite gegangen! Einmal bei uns! Da steigt er ein! Da steigt er ein! Da steigt er ein! Da steigt er ein! Leute ich kann den Flugzeug öffnen! Bei mir ist es jemand! Bei mir! Mein letzter Vater! Super! Ich kann den Flugzeug einfach öffnen! Das wollte ich nämlich gerade sagen! Wir laufen jetzt einfach mit einem! Und er hat keine Waffe hinter den durch! Und er macht die ganze Zeit raus! So dass man sie mit Rucksack hat! Jetzt kannst du schreiben! Vergehst vorbei! Der Impfen! Hab ich! Geh runter! Habe ich! Habe ich! Hörnupulle! Hände runter, der Enkelkantung auf dem Boot! Sofort! Die Pfoten runter, bis uns schnell! Warte auf den Boden! Warte auf den Boden! 10 Sekunden, gleich jetzt! 5, 4, 3... Die scheiß Waffe auf den Boden! Sofort! Hallo! Wirklich Waffe auf den Boden! Der Teser ist auf den Boden! Hände hoch, Hände hoch! Inhautos! wid 2 3 Bote